Wie ihr seht laufe ich einen ganz normalen Weg entlang. Wie ihr seht laufe ich auch und dahinter bewege ich auch. Da ist sogar jetzt weiter entfernt von mir, wenn ich jetzt hier weiterlaufe, wie ihr seht. Ja, besser als vorher. Hier bin ich so am Markplatz an den Schienen. Der Züge, der Bahn, da hinten hinter mir die Haltestellen. Und naja, jetzt gehe ich in Richtung, andere Seite. Und naja, nur beim Laufen. Das war's mit dem Vlog, bye, tschüss.